In einer Bar ganz in deiner Nähe, an einer Theke, an der du schon viel Zeit verbracht hast mit Bierchen und Frauen oder Männern oder beidem. Dort trifft man an besonderen Abenden um die Weihnachtszeit rum einen Drachen. Ja, ihr habt richtig gehört, an dieser Bar sitzt ein Drache. Dieser Drache trinkt seinen Martini, grüert nicht geschüttelt, denn er scheißt auf James Bond. Und dann trinkt er den, seinen Martini. Und immer wieder klappt er eine Schuppe hoch und guckt dahin und klappt sie wieder zu. Und wenn du an dem Abend dort bist und ihn einfach mal drauf ansprichst, Hey Drache, warum klappst du ständig deine Schuppe hoch? Dann wird er dich angucken und wird sagen, ich habe da ein Geheimnis unter meiner Schuppe und für noch zwei Martinis erzähle ich es dir. Und wenn du dann das Geld zusammennimmst und diesem Drachen die Martinis bezahlst, dich hinsetzt und voller Vorfreude und Erwartung wartest, dann klappt er sich zur Seite und klappt seine Schuppe so ein bisschen hoch für dich. Und dann wirst du sehen, wie dort Gustav Gans eine Lausfarm betreibt. Eine Albino-Lausfarm. Ja, du hast richtig gehört. Unter der Schuppe dieses magischen Drachens, dieses Wesens, das in einer Bar Martinis schlürft, zieht Gustav Gans eine Albino-Flohfarm hoch. Ja. Warum tut er das dort? Der Drache braucht dringend Geld für seine Martinis. Und Albino-Floh verkaufen sich besser als die Schwarzen. Also, wenn du das nächste Mal einen Drachen in einer Bar siehst, irgendwo in deiner Nähe, vielleicht um die Weihnachtszeit rum, vielleicht um Ostern rum, oder zu irgendeinem anderen christlichen Feiertag, wo sowieso nur irgendwelche Märchen erzählt werden, gib diesem Drachen einen Martini aus. Gerührt, nicht geschüttelt. Dann erzählt er vielleicht auch dir, was er mit Gustav Gans und den Flöhen vorhat.